Du bist Bildhauer deines Körpers. Du betreibst Bodybuilding bzw. du möchtest Bodybuilding betreiben. Und jetzt sagst du um Himmels Willen Bodybuilding. Ich nie im Leben. Und was will ich nicht? Sobald du dich mit dem Thema Kraftsport beschäftigst, was eine gute Idee ist, und du nimmst den Handel in der Hand, bist du Bodybuilder. Ja, du bildest deinen Körper. Du versuchst es zumindest, deinen Körper zu bilden. Und da gibt es ein paar Regeln, die soll man anhalten. Hallo und herzlich willkommen bei Andreas Trienbacher, deinem Performance-Coach. Ja, jetzt habe ich doch ein paar gleich mal direkt geschockt mit dem Thema Du bist Bodybuilder. Jeder Mensch, der eine Handel in die Hand nimmt und mit der Handel vorhat, seinen Körper zu trainieren, hat im tiefsten Inneren einen Wunsch, dass natürlich diese Muskelgruppen, die er trainiert, dass sie sich anpassen, dass sie stärker werden, dass die optisch besser aussehen. Und in dem Moment ist jeder in der Hand, der in der Hand nimmt, auch Bodybuilder. Und jetzt ist die große Frage, ob du als Bodybuilder Erfolg hast. Als Konstrukteur deines Körpers solltest du ein paar Regeln wissen, wie funktioniert das eigentlich? Auf was sollte man denn tatsächlich achten, wenn man seinen Body bilden möchte, wenn man seinen Körper konstruiert? Es macht Sinn, es macht in der Tat tatsächlich Sinn, seinen Körper zu trainieren, seinen Körper mit Widerständen zu konfrontieren. Für den Herzenmuskel im Ausdauerbereich und für die einzelnen Muskelgruppen, die wir haben, mit mechanischer Belastung, mit Gewichten, mit Widerständen. Jetzt fragst du dich, mein Freund Andreas, wir leben doch nicht mehr in der Steinzeit, wir brauchen doch die nicht mehr. Na, bist du sicher, dass wir die nicht brauchen? Sind die Muskeln tatsächlich nur damit, dass sie im Spiegel schön aussehen? Nein, das kommt erst in zweiter Stufe, dass sie im Spiegel gut aussehen sollten. In erster Hinsicht hat jeder Muskel, den wir am Körper haben, eine Funktion. Wie zum Beispiel der hier, das ist der Kopftreher. Der hier, dass wir den Kopf nicken können, Brust, damit wir was fassen können, den Bizeps, damit wir was hochheben können, den Rücken, damit wir uns irgendwo hochziehen können. Ja, die Schultern zum Beispiel und auch der Rumpfuskel, dass wir was hochheben können, dass wir was tragen können, dass wir unsere Frau über die Schwelle tragen können, dass wir unsere Kinder hochwerfen können. Ja, dass die Gelenke stabilisiert sind. Schultergelenke, Fußgelenke, Kniegelenke. Da sind Muskelgruppen da, die sorgen dafür, dass wir Stabilität haben, dass wir eine energetische Körpersprache haben. Ah, jetzt sieht das Ganze schon anders aus, ne? Jetzt fühlt sich das Ganze schon anders aus. Aha, stimmt, er hat recht. Der Mann sollte tatsächlich für diese Muskelgruppen, die ja nicht nur im Spiegel schön aussehen sollten, sondern auch funktional sein sollten, sollten wir was tun. Und da ist es sicherlich ganz gut, wenn wir wissen, was wir tun. Das Wichtigste ist, dass wir uns im Klaren sind, dass diese Muskelgruppen, die wir von Natur aus bekommen, dass die eine gewisse Grundpflege brauchen. Use it or lose it. Wenn du deine Muskelgruppen nicht mehr belastest, wenn du den ganzen Tag im Büro sitzt, vom Büro im Fahrstuhl runterfährst, weil es ja schon im dritten Stock ist und es sind natürlich viele Treppen runterzulaufen, und dann hast du natürlich sehr nah an der Eingangstür geparkt, damit du nur nicht so weit laufen musst. Und danach setzt du dich im Auto und fährst dann nach Hause und dann guckst du natürlich auch, dass du so relativ nah ans Haus drankommst. Und wenn es geht natürlich am besten, wir beamen uns vom Fahrersitz runter direkt auf den Wohnzimmersessel, damit es nicht so anstrengend ist. Ja, es ist ein bisschen überspitzt, aber viele Menschen agieren tatsächlich so und wundern sich dann mit dem 45., 50., 55. oder 60. Lebensjahr, dass ihr Körper nicht mehr funktioniert, dass die Mobilität eingeschränkt ist, das Hochheben von irgendwelchen Gegenständen ist superschwer, in den dritten Stock hochlaufen funktioniert nicht mehr, wir brauchen schon zwischendurch mal ein Sauerstoffzelt, die Knie tun weh, der Rücken tut weh, alles ist irgendwie superschwer, die Motivation sinkt sich überhaupt noch zu bewegen, weil alles irgendwo ein bisschen schmerzt und keinen Spaß mehr macht. Kein Spaß mehr macht. Jo, und was ist da passiert? Use it or lose it. Wenn wir circa 40, 50 bis zu 60 Stunden der Woche sitzen, dann werden die Muskelgruppen nicht benutzt. Wenn wir auf unserem Hintern sitzen, dann hat der Muskel relativ wenig Funktion, denn der Muskel im Stehen, der stabilisiert uns. Unsere Oberschenkel tragen uns. Unsere Rückenmuskulatur im Stehen muss die natürlich darauf achten, dass wir stabil stehen, im Sitzen, mit einer Rückenlehne am Stuhl, fällt das komplett weg. Und aus diesem Grund ist es wichtig zu wissen, dass jeder Mensch da draußen, weiblich, männlich, jung oder alt, die Verpflichtung hat, dieses System, was wir von Natur aus bekommen, was ein herrliches, ein geniales System ist, dass wir das pflegen sollten. Durch regelmäßige Bewegungen, durch intensive Krafttrainingseinheiten und auch Ausdauereinheiten und Mobilitätseinheiten. Ja, jetzt schlägst du schon in die Hände im Kopf zusammen. Andreas, ich muss doch so viel arbeiten. Ich habe doch dafür gar keine Zeit. Da kann ich dir jetzt einen wertvollen Tipp geben. Die Rechnung geht so nicht auf. Wenn du dir die Zeit nicht nimmst, dann wird irgendwann mal der Körper sagen, mein Freund, ich habe dich jetzt oft genug daran erinnert durch Rückenschmerzen. Ich habe dich jetzt oft genug daran erinnert durch einen zu hohen Blutdruck. Ich habe dich jetzt schon oft genug daran erinnert durch schlaflose, teilweise schlaflose Nächte. Ich habe dich schon oft genug daran erinnert durch immer wiederkehrende Infekte, dass du dringend, aber ganz dringend, was du nicht tun sollst. Entweder, mein Freund, du hörst mir jetzt zu. Oder es gibt eben so eine kleine rote Karte, noch eine rote Karte, noch eine kleine rote Karte. Irgendwann kommt die ganz große, dunkelrote Karte. Dann ist der Blutdruck zu hoch. Dann sind die Schultergelenke entzündet. Wir können uns nicht mehr richtig bücken. Wir können die Schuhe nicht mehr richtig anziehen. das Ein- und Aussteigen aus dem Auto fällt super schwer. Die kleinen Enkelkinder hochwerfen, das lassen wir lieber mal sein. Die fallen mir auf den Boden. Das ist nicht lustig. All die Dinge können wir nicht mehr machen. Wir sind 50 und unsere Enkel kommen und die spielen Fußball und wir schauen zu. Denn dem Ball nachlaufen, das funktioniert nicht mehr. Koordination ist nicht mehr gut, Gleichgewicht ist nicht mehr gut. Das Körpergewicht ist sowieso viel zu hoch. Wir sind sofort außer Atem. Und dann können wir uns natürlich einreden, das ist normal. Denn allen anderen geht es auch so. Würde ich nicht sagen. Wenn wir in Naturvölker gehen, das seht ihr 70-jährige Männer noch auf der Jagd. Die sind super mobil, die glättern noch die Bäume hoch. Und haben entsprechend Kraft. Haben natürlich auch ein optimales Verhältnis zwischen Muskelmasse, Wassermasse und Fettmasse. Ja, und die sind noch mobil, wie bei uns so manche 30-Jährigen nicht mehr. Warum? You see the lose. Die müssen sich ihr Essen verdienen. Die müssen halt diese Bewegung machen. Ansonsten funktioniert es nicht. Ja, und die haben keine Auswahl zu sagen. Der Kühlschrank ist schon voll, ne? Ja. Und aus diesen Gründen, ihr Lieben, ist es wichtig zu wissen, was wir tun? Ist es wichtig zu wissen, dass wir alle Bodybuilden sollten? Ja. Die Frage ist, was ist wichtig? Muskelaufbau? Fettreduktion? Mobilität? In der Regel sind zwei Faktoren, die bei den meisten Menschen zutreffen. Das ist die Verbesserung der Mobilität, sodass alle Bewegungen wieder im vollen Range of Motion verarbeitet werden können. Das heißt, dass wir ohne ins Schwitzen zu kommen, über den Kopf die Arme strecken können. Mein einer Arm, der geht nicht mehr, der ist leider durch einen Fahrradunfall gebrochen. Deswegen kriege ich ihn nicht ganz gestreckt. Wir sollten hier in dem Kopf die maximale Rotation haben. Wir sollten uns auf den Boden bücken können, ohne gleich einen Bluthochdruck zu bekommen. Das sollte alle locker funktionieren. Das sollte locker funktionieren. Dafür sind wir zuständig. Und ja, deswegen, Mobilität braucht jeder. Deswegen gehört Stretching dazu. Deswegen gehört funktionales Krafttraining dazu. Denn wenn wir eine Kniebeuge machen, wenn wir einen Ausfallschritt machen, wenn wir Schulterdrücken machen, Seitheben machen, Lattzug machen, dann trainieren wir den Muskel über den vollen Range of Motion, über den gesamten Bewegungsspielraum, was der Muskel kann. Wenn wir es richtig machen natürlich. Unter Voraussetzung, dass es uns gezeigt wurde, wie man es machen sollte. Und in diesem Moment nutzen wir unsere Muskulatur im funktionalen Bereich. Dafür ist sie gedacht. Und wenn wir da noch sagen, okay, ich habe halt 20, 25 Kilo zu viel. Also wäre es sinnvoll, Kraftausdauertrain zu machen. Ja, also nicht auf dem Crosstrainer-Ergometer, auf dem Laufband, sondern auch mit Handeln so trainieren, dass wir in der Fettverbrennung landen. Die roten Muskelfasern aktivieren. Dann sind wir schon mal den nächsten Schritt weiter. Wenn wir das dann regelmäßig machen, dass wir eine Regelung haben, dass wir mindestens 3x30 Minuten pro Woche machen, ein absolutes Minimum. Besser als noch 6x30 Minuten oder 3x60 Minuten. Dann wird dieses herrliche System, was wir von Natur aus bekommen haben, wird erhalten bis ins hohe Alter. Es gibt Studien, die zeigen, dass Menschen, die regelmäßig Sport machen, dass die selbst im 80. Lebensjahr noch so fit sind wie mancher mit 60, der das nicht gemacht hat. Somit steigt natürlich auch im Laufe unseres Lebens dann, wenn wir zur Ruhe kommen, wenn wir sagen, jetzt wollen wir unseren Erfolg feiern, können wir das Ganze auch noch genießen. Weil wir eben nicht ständig zum Arzt müssen. Weil wir eben nicht unter Bluthochdruck leiden. Weil unsere Mobilität noch alt ist. Weil wir Fahrrad fahren können. Wir können laufen gehen. Wir können schwimmen gehen. Wir können Tennis spielen. Wir können Squash spielen. Wir können Krafttraining machen. Wir können all diese Dinge können wir noch machen, weil wir nicht eingeschränkt sind in der Mobilität. Und weil unsere Grundstruktur, der Stabilisatoren, das Gleichgewichtssystem wunderbar funktioniert, weil wir es ständig benutzt haben bis ins hohe Alter. Und das ist der krasse Performance Booster im Alter. Das ist die Rakete, die unseren Lebensluxus trägt, dass wir auch im Alter dann, wenn wir unsere Ernte einfahren, unseren Erfolg genießen wollen, damit wir da noch Spaß am Körper haben. Aus diesem Grund, jeder, der eine Handel in die Hand nimmt, ist Bodybuilder. Und das ist gut so. Bodybuilder hat nicht mehr was damit zu tun, dass wir uns ausufern, Muskelmasse aufbauen. Das muss nicht sein. Das ist ein Fliegsport. Das ist völlig in Ordnung. Für diejenigen, die Spaß daran haben, auch bis ins hohe Alter. Bei uns geht es darum, dieses System, was wir haben, zu erhalten, dafür zu sorgen, damit dieses Ding funktioniert. Damit wir eben nicht nur auf dem Stuhl sitzen können, sondern dass wir unsere Enkel hochwerfen können, dass wir einen Ball fangen können, dass wir vielleicht noch ein bisschen mit unseren Enkeln Fußball spielen können, dass wir noch schwimmen können, dass wir, wenn wir mal irgendwo hoch müssen und jemandem helfen müssen, dass wir nicht auf der halben Strecke nicht mehr können, dass wenn wir mal in den 5. Stock laufen müssen, weil der Aufzug nicht mehr funktioniert, dass wir da oben ankommen und sagen, ja, es war easy und nicht danach völlig verschwitzt auf dem Sofa zusammensacken und sagen, Gott, der Gott, hoffentlich funktioniert in den nächsten paar Stunden der Aufzug wieder. Ansonsten werde ich das die nächsten 3 Tage nicht überleben. Ihr Lieben, das war das Thema. Bodybuilding. Macht es Sinn, seinen Körper zu bilden? Bist du Bodybuilder? Es wäre wünschenswert, wenn es so ist. Es wäre mehr als wünschenswert, wenn du dich mit diesem Thema auseinandersetzt und sagst, ja, stimmt, Andreas hat recht. Ich sollte ganz dringend mal wieder was für meinen Körper tun. Ich bin jetzt 40, 45, 50 Jahre. Die letzten 10, 15, 20 Jahre fast nichts mehr gemacht. Meine Mobilität ist eingeschränkt. Ich fühle mich nicht mehr wohl. Diese 10, 15, 20, 25 Kilo Gewicht, die tun mir nicht gut. Die sind nicht gut für mich. Mein Körper fühlt sich nicht gut an. Ich fühle mich nicht mehr wohl. Meine Kleider sind drei Nummern größer. Das Hemd spannt in der Mitte. Die Hose zwickt. Beim Autofahren fühle ich mich unwohl. Wenn ich aussteigen will, ist es anstrengend. Wenn ich die Treppen hochlaufen will, ist es nicht mit Spaß verbunden. Wenn meine Kinder da sind, meine Enkelkinder, bleibe ich doch lieber auf dem Sofa sitzen oder auf der Liege liegen und bewege mich lieber nicht. Warum? Weil es super anstrengend ist, weil ich keine Leistungsfähigkeit mehr habe. Freunde, tut was dafür. Lasst es nicht schleifen. Use it or lose it. Und wenn du jetzt sagst, Andreas, ja, ich weiß es. Ich nehme es mir ja schon seit 10, 15 Jahren vor, aber ich komme einfach nicht so. Ich komme einfach nicht ins Umsetzen. Da geht es so wie vielen. So geht es ganz vielen Menschen. Die wissen das ganz genau. Die wissen auch ganz genau, was sie nicht essen sollten. Sie essen es trotzdem. Und sie wissen ganz genau, dass sie sich bewegen sollten, aber sie machen es trotzdem nicht. Dann habe ich einen Tipp für dich. Ja, siehst du die großen Augen? Überlass das mir. Überlass es mir, dich zu motivieren. Überlass es mir, dir zu zeigen, wie es funktioniert. Überlass es mir, dir den Weg zu zeigen, wie kommst du jetzt in die Umsetzung. Das ist eine Frage zwischen dem Teil hier, zwischen den Augen, zwischen den Ohren, dazwischen drin, da ist ein Teil. Das trifft Entscheidungen. Das ist für die Motivation zuständig. Und da gibt es Rezepte, wie man dieses Teil, diese 1340 bis 1370 Gramm, die Hirnmasse, wie man die aktivieren kann. Dass das, was man tut, zu einer Routine wird. Dass das, was man tut, dafür sorgt, dass man Erfolg hat in diesem Bereich. Und wenn du Erfolg hast im Sport, wenn du spürst, wie es sich verändert, wenn du im Spiegel siehst, hey, 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 da entwickelt sich gerade was. Wenn du auf der Waage siehst, die Pfunde purzeln. Wenn du am nächsten Morgen aus, du hast Power ohne Ende. Und wenn du diese Energie wieder spürst, wie du vor 20 Jahren gehabt hast, dann wird es von ganz alleine funktionieren. Dann brauchst du nicht ständig einen Motivationstritt, dann läuft es von ganz alleine. Weil du dir was vorgenommen hast und das, was du dir vorgenommen hast, ist von Erfolg gekrönt. Warum? Weil du die richtigen Informationen hast. Weil du ganz genau weißt, was du tun musst. Weil du ganz genau weißt, welche Übung muss ich machen. Welchen Puls brauche ich? Wie sollte ich mich ernähren? Wie soll ich dafür sorgen, dass ich sieben bis acht Stunden gesunden, tiefen Schlaf habe? Sodass ich morgens aufwache und Energie habe ohne Ende. Sodass es keine Frage mehr ist, mache ich jetzt Sport oder mache ich keinen Sport? Es ist selbstverständlich, dass du es machst, weil du energiegeladen bist. Wenn du dann mit deinen Kindern dich triffst, ist es selbstverständlich, dass du mit den Kindern tobst. Da hast du Spaß als Opa oder als Familienvater. Ja. Hast du. Weil du eine Lösung hast. Weil du ein Rezept hast. Und wenn du ein Kuchen nach Rezept kochst, dann wird es in der Regel funktionieren, weil du ein Rezept hast. Und das Gleiche gilt auch für dich, für deinen Körper, für deine Leistungsfähigkeit, für deine Performance. Und dafür gibt es mich. Und jetzt kannst du folgendes machen. Geh mal unten in die Shownotes rein, in die Bemerkungen. Und da findest du andreas-drienbacher.com und da gehst du rein und suchst dir deinen Wunschtermin raus mit einem meiner Mitarbeiter und dann hast du einen kostenfreien, unverbindlichen Erstberatungstermin und hörst dir erstmal an, was können wir dir anbieten. Mein Mitarbeiter wiederum hört sich an, welche Wünsche hast du? Was möchtest du erreichen? Passt das zusammen in unserem Programm, was wir anbieten? Und wenn dann das Match da ist, dann haben wir in Kürze unser Vergnügen miteinander, 60 Minuten, ein Strategiegespräch zu führen, wo ich dir ganz genau erkläre, wie funktioniert es? Wie sollst du dich ernähren? Welche Übungen sollst du machen? Sollst du zu Hause trainieren? Sollst du im Studio trainieren? Trainest du mit Tubes, mit Körpergewicht, mit Handhelm? Welche Art von Ernährung? Wie viel Platz braucht eine Mahlzeit von einer zu anderen? Wie soll die Mahlzeit aufgebaut sein? Wie viel Kohlenhydrate? Wie viel Eiweiß? Wie viel Fette brauchst du? Über all diese Dinge musst du dir keine Sorgen machen, weil du diese Informationen von mir bekommst. Und genau das ist unser Strategiegespräch. Das kostet dich erstmal gar nichts. Und im Abschluss an dieses Gespräch frage ich dich, hast du Lust, dass ich dich als deinen Coach begleite? Dann darfst du entscheiden. Und dann gehen wir gemeinsam den Weg. Und bis dahin wünsche ich dir jetzt, bei allem, was du tust, verdammt viel Spaß und ganz viel Erfolg. Bis bald. Dein Andreas.